Ihr wisst schon, was Baumdiagramme sind und könnt es jetzt kaum abwarten zu erfahren, was 4 Felder-Tafeln sind? Nein? Hm, okay, wir machen trotzdem ein Video dazu. Eine 4 Felder-Tafel ist eine mega praktische Art, um die Zusammenhänge zwischen zwei Ereignissen darzustellen. Wir machen mal direkt ein kleines Beispiel dazu. Von 100 Menschen sind 45% Männer und 55% Frauen. Wenn jemand eine Frau ist, dann wählt diese Person zu 40% die Partei A und zu 60% nicht die Partei A. Wenn jemand ein Mann ist, dann wählt er zu 55% die Partei A und zu 45% eine andere Partei. So, diese Infos könnt ihr schon mal alle wie gewohnt in ein Baumdiagramm schreiben. Das ist kein Problem. Wenn ihr nicht wisst, wie man da jetzt drauf kommt, dann schaut vorher schnell in unserem Video dazu vorbei. Wie sieht jetzt aber eine 4 Felder-Tafel aus? Ihr seht schon, man trägt die möglichen Ereignisse oben in der Mitte und links in der Mitte ein. Die Frage ist aber, was in die anderen Felder muss? Im Prinzip ist das ganz logisch. Schaut ihr euch zum Beispiel das Feld an, bei dem die Ereignisse M und A aufeinandertreffen, dann muss da die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis M und A rein. Also die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, dass jemand ein Mann ist und die Partei A wählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Genau, 24,75%. Und wie sieht es bei dem Feld aus, bei dem F und A zusammenlaufen? Genauso, da muss die Wahrscheinlichkeit rein, dass jemand eine Frau ist und die Partei A wählt. Die liegt bei 22%. Bei den anderen Feldern verhält es sich ganz genauso. Da tragt ihr die Wahrscheinlichkeiten ein, dass jemand Mann ist und nicht A wählt, beziehungsweise Frau ist und nicht A wählt. Nice, man kann jetzt hier also super einfach die Wahrscheinlichkeiten ablesen, dass gewisse Ereignisse gleichzeitig auftreten. Was machen wir aber mit den übrigen Feldern? Da kommen die Wahrscheinlichkeiten für die jeweiligen einzelnen Ereignisse rein. Hier unten also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand ein Mann ist. Die liegt bei 45%. Und daneben dann dementsprechend die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand eine Frau ist. Und hier sieht man jetzt eine super praktische Eigenschaft. Rechnet mal die beiden Zahlen über der Wahrscheinlichkeit, dass man eine Frau ist, zusammen. Also 0,22 plus 0,33. Was kommt da raus? Genau, 0,55. Und das ist ja genau die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand eine Frau ist. Genauso ist 0,2475 plus 0,2025 auch 0,45. Wie groß ist dann also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand die Partei A wählt? Einfach 0,2475 plus 0,22 rechnen und rauskommt 46,75%. Hier benutzt ihr übrigens nichts anderes als die zweite Pfadregel. Ihr addiert einfach alle Wahrscheinlichkeiten, bei denen das Ereignis, von dem ihr die Wahrscheinlichkeit bestimmen wollt, vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand nicht die Partei A wählt, könnte man genau so berechnen. Oder man wendet noch einen weiteren Trick an. Die äußeren beiden Wahrscheinlichkeiten müssen sich nämlich jeweils zu 1 aufaddieren. Das seht ihr unten. 0,45 plus 0,55 ist 1. Genauso muss 0,4675 plus den Wert darunter auch 1 ergeben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand nicht die Partei A wählt, liegt also bei 53,35%. Und damit haben wir alles ausgefüllt. Eine Info noch. Wenn man alle Wahrscheinlichkeiten in der Mitte miteinander addiert, dann kommt da auch 1 raus. Jetzt habt ihr echt alle Infos, die ihr zu 4 Felder-Tafeln haben müsst. In unserem Beispielvideo schauen wir uns dann noch etwas schwierige Beispiele an. Merkt euch aus diesem Video hier folgendes. Eine 4-Felder-Tafel sieht so aus. In der Mitte findet ihr die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Ereignisse, die bei den Feldern jeweils außen stehen, zusammen eintreffen. Ganz außen findet ihr die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass nur das jeweilige Ereignis eintritt, das in der gleichen Zeile bzw. Spalte steht. Alle Wahrscheinlichkeiten in der Mitte addieren sich zu 1 auf. Und auch die äußeren beiden Wahrscheinlichkeiten addieren sich jeweils zu 1 auf. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert doch gerne mal unseren Kanal. Und wenn ihr noch mehr Hilfe in Mathe sucht, dann schaut auf unserer Website vorbei. Macht's gut! Und dann schaut auf unserer Website vorbei. Und dann schaut auf unserer Website vorbei. Und dann schaut auf unserer Website vorbei. Vielen Dank.